Nächster Gast steht mittlerweile seit über 30 Jahren auf der Bühne und jedes Jahr kommt ein Hit obendrauf. Ich freue mich wirklich sehr, sie ist Stammgast von Immerwieder Sonntags. Jetzt kommen sie mit ihrem Airplay-Hit zu uns, Tür an Tür. Herzlich willkommen für sie Claudia Jung. Genau, Claudia Jung. Du dein Handy heimlich aus und ich, ich hab so getan, als bemerkt ich's nicht. Wir saßen ewig da, auf einmal merkten wir, wie spät es war. Der Aufzug brachte uns nach oben, wir schliegen aus und blieben stehen. Und sagten beide, das ist Zeit, verschlafen zu gehen. Doch unsere Zimmer liegt Tür an Tür. Nur eine Wand steht zwischen dir und mir. Ich glaube, nebenat machst du. So wie ich, kein Auge dazu. Ich stell mir vor, du lässt mich fortlos frei. Lässt mich der Traum in deinen Armen sein. Die Fantasie wird riesengroß und lässt uns beide nicht mehr lohn. Tür an Tür. Am Horizont bricht schon der Morgen an. Doch da ist nur eins, woran ich denken kann. Es schreit in meinem Kopf. Was, wenn ich doch an deine Türe klopfe? Die Nacht, sie will und will nicht ändern. Mein Herz macht mir die Hölle heiß. Wie lang kann ich noch widerstehen und was ist der Preis? Doch unsere Zimmer liegt Tür an Tür. Nur eine Wand steht zwischen dir und mir. Ich glaube, ich glaube nebenat machst du. Und so wie ich, kein Auge dazu. Ich stell mir vor, du lässt mich fortlos frei. Lässt mich der Traum in deinen Armen sein. Die Fantasie wird riesengroß und lässt uns beide nicht mehr lohn. Tür an Tür. Tür an Tür. Eine unruhige Nacht in zwei Zimmern, aber trotzdem Tür an Tür. Vielen herzlichen Dank und einen Riesenapplaus für Claudia Jung.